Was macht ihr eigentlich übermorgen an Heiligabend? Heiligabend ist für mich ein ganz schwarzer Tag. Wie wäre das denn, wenn wir übermorgen gemeinsam feiern? Ach, nein. Du bespinnst du es. Also alles hat seine Grenzen. Na ja, guck mal, wir sehen uns jeden Tag im Jahr. Muss doch nicht noch Heiligabend sein. Ach, also. Nee, 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 nee. Einen Tag im Jahr bleibt frei. Wir machen die Juhl-Klammer. Was denn? Nicht die Stange anfassen, Edi. Mensch, das ist doch alles verkeimt hier. Masern, Ebola, Vogelgrippe. Na ja, wie soll ich mich jetzt festhalten hier? Hattet ihr keine Sorgen, ich hab immer meine eigene Stange mit. Guck mal, auch in blau, ihre Lieblingsfarbe. Auf, feiern. Es werde dicht. Ah, ich meine Augen. Ah, manchmal träum ich so ja von meinem Weihnachtsbalkon. Hä? Was ist denn jetzt los? Geh rein, der explodiert. Na, Kekker. Was ist denn da? Ich, auf Feier. Verdammt, sie sind schon erschrocken. Was, die sind ja ohne eine Marke. Wie ist längst du den Tag, Sie sprechen mit Biggie? Die John Collins aus Britsch. Jutta Hartmann. Also, ich bin völlig fertig. Ich bin am Ende. Du kannst. So kann ich nicht arbeiten. Habt ihr mal auf dem Kalender geguckt, was heute für ein Tag ist? Es ist Weihnachten, Heiligabend, Mensch, die Geburt des Herrn.